Wir haben uns immer so was von weg geschmissen. Ich muss mir noch einen YouTube-Account machen. Ich hab einen. Ja, ich mach mir auch noch einen. Ich hatte mal einen bei Videotube oder so. Ah, das ist Kacke da. Da gucken noch nicht so viele Leute drauf. Ja, weil das... Ja, Videotube ist halt deutsche Webseite davon. Bei YouTube, da gehen die meisten drauf. Wie ist das bei OSC, wenn du YouTube-Videos reinstellen musst? Machst du einfach YouTube davor? Du klickst unten auf YouTube und dann fügst du einfach den Link ein. Ja, also dann machst du hier Klammer auf, YouTube, Klammer zu und dann den Link und dann Klammer zu. Ja, du klickst dann auf das innen Feld. Er ist das nicht. Und dann ist der ja mittendrin schon. Und dann klickst du einfach als LGV, wenn du vorher rauskupriert, dass er ist drin. Ja, nein, ich weiß schon, wie das geht. Der klickt ja immer, der macht ja sowas in exigen Klammern davor, wenn du YouTube machst. Diese Bezeichnung brauch ich nur. Ich drück mich immer auf YouTube oder so. Ich drück da drauf. Weil zum Beispiel, wenn du ein Gästebuch-Eintracht steht... Bei Gästebuch geht das, aber bei Forum-Eintracht zum Beispiel... Aber wenn ich in die Beschreibung was einmachen will, da steht das ja nicht. Hier, mach mich gucken. Da laufen sie alle rein. Und dann, das bin ich hier. Was geil ist, die Kamera hat auch Ton, wenn der Video aufzeichnet. Cool. Ja, das hatten nicht alle. Ja, der macht immer mit Ton. Aber du kannst ja, der hat hier keinen Ton. Ja, bei Fotos macht er keinen Ton. Kann man auch. Ich kann hier, ich kann erst ein Foto machen und dazu noch einen Audiokommentar machen. Ach so. Freut euch mal ein bisschen, wenn ihr was gut gemacht habt. Freut euch doch. Ich bin ganz extra. Ja. Lobby, das ist krass. Alles gut.